Ich höre. Ist das alles? Ja. Was? Wenn das sein muss? Okay, wir kommen auf jeden Fall nicht so leichter Dick Golems vorbei. Ich habe einen Level abgehört. Ich habe einen Level abgehört. Ich habe eine Falle zum Schnappen gehört. Oh, nö. Ich habe keinen Stall zu Fleisch. Na toll. Was? Mit Vergnügen. Wie kann ich helfen? Gewiss. Kann ich helfen? Was ist los? Ist das alles? Ich muss nochmal hier die Bolzen. Und dann müsste hier eine Falle sein, die wir deaktivieren können. Dieses Gerät scheint eine Art sehflüssiges Öl zu verabeln. Bedeutet das sind irgendwelche Ölbolzen, ne? Säkulas Feuerbolzen. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. So, wir gehen hier. Ich werde sehr gerne. Sag weiter. Ich kenne das Wort. Mach schon. Ferien. Wie kann ich helfen? Das soll ich wenig sein. Ach, das ist ferien genug. Leitze. Steinbüfehl soll geschehen. Und ja, das sind, äh, riesginte Erdkotosse. Wenn man noch nicht drauf gekommen ist, so. Ich höre. Ich tue es. So, wenn ich hier stehe, müsste ich zum einen den, zum anderen den deaktivieren können. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Sehr gerne. Ja. Ja? Sicher? Wacht schon. Wacht schon. Ferien. Wacht schon. Wacht schon. Wacht schon. Wacht schon. Wacht schon. Wacht schon. So. So. Wacht schon von mir. Wacht schon. Wacht schon. Vorwärts. Äh, jetzt müssen wir das. Ich werde tun, weil dieses Mal müssen wir kamen. Für die Dinger wäre Araguards Hexerei gar nicht mal so schlecht. Nein, du, es soll geschehen. Was? Ich tue es. So, und hier drin ist auch noch so einer. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ähm. Was ist das alles? Okay. Ich hab's kapiert. Ja, überhaupt kein Problem. Ist etwas nicht in Ordnung? Geh's? Noch nicht. Ja. Ja. Sofort. Kommt her, wenn ihr euch traut. Ich werde tun, was ich kann. Okay, es ist weg. Kann ich helfen? Jetzt machen wir erstmal deinen Level ab. Erster und Achter Grad kriegt ein zusätzlichen... Also siebte und achte Grad. Zauber zurückwerfen wäre nicht schlecht. Schutz vor Elementen? Regenbogenstrahlen. Projiziertes Ebenbild. Kettenzauber, den hätte ich eigentlich gern. So, und hier... Irrgarten wäre nicht schlecht. Zauberauslöser. Ja, das ist dasselbe wie Kettenzauber, nur geht er halt bis Stufe 6. Brauchen wir also nicht unbedingt. Eisenkörper. Alle Zauber, die sie atmen... Ja, aber Geschwindigkeit auf 25%. Abscheuliche Austrocknung. Abbild. Die Stufe des Abbilds wird aus der Stufe des ursprünglichen Anbinders und der Stufe des tatsächlichen Anbinders berechnet. Dabei wird die Stufe des tatsächlichen Anbinders halbiert und von der Stufe des ursprünglichen Anbinders abgezogen. In Klartext bedeutet das, dass ein zweites Abbild, das vom ersten Abbild gewirkt wird, über mehr Stufen verfügt als das erste Abbild. Wirkt beispielsweise ein Magier der 16. Stufe ein Abbild, hat dieses die Stufe 8. Denn 16... Minus 16 geteilt durch 2 ist 8. Wirkt nur dieses Abbild ein weiteres, hat das zweite Abbild die Stufe 12. Denn 16 minus 8 durch 2 ist 12. Äh... Ja, ich lerne mal Abbild. Abbild ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja gut, ich muss erst rasten, bis ich es nützen kann. So, hier an der Stufe ist doch garantiert auch noch eine Falle mindestens. Wie kann ich hält, ihr wisst? Augen voller Blut, Hass und voller Hass und Blut, so starren euch unverwandt an. Das Wesen zeigt, dass es keine Reaktion. Hm. Diese Gavos hat ja mal magische Kräfte besessen zu haben. Ich höre, ist das alles? Also, ich kann nirgends durch. Ja, überhaupt kein Problem. Dein Befehl? Was? In Ordnung. Ich kann halt auch nicht die Fallen drunter entschärfen. Habe ich eigentlich keine andere Wahl, als es anzupreifen. Ich kann nicht hier sprechen als Wort. Gewiss. So. Da hinter ist auch ein Sahagin wieder. Ich spüre meine Sterne an der Klinge. Das Sahagin. Okay, bei so viel Gegnern... Ich werde tun, was ich kann. ...brauchen wir da doch ein bisschen... ...wiss ich fallen. ...wiss ich fallen. Was machst du? So. Vorwärts. Okay. Kann ich helfen? Woran hast du... So soll es geschehen? Bereit zu neuen Taten? Ja. Vorwärts. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ich höre. Wenn es sein muss. Ja. Was? Mit Vergnügen. Warte ich mir fast. Und hier sind auch in Tantos Reichweite. Vorwärts zum Sieg! Wacht schon, wacht schon, wacht schon. Ach du beide. Rückzug, 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 rückzug. Äh... Äh... Brauchst du mich? Nur Heilung auf Sie? Mord ist ja... Ja, ja, ja. Worum handelt es sich? Der Wuppel? Ich wörf mir meinen Wart in deine Flut! Sauer, gegen Prinz, okay. Sag, was du von mir willst. Dieses Mal müssen Taten deutlicher Spächer sein. Bitte! Ich wörf mir meinen Wart in deine Flut! Mein Leben ist verwirrt! Sofort! Okay. Du hast einen Umhang? Korallenpanzer und den Schlüssel wahrscheinlich zu... Wie kann er in Ordnung? Der Korallenpanzer. Hm. Du kannst ihn wahrscheinlich gar nicht tragen. Doch, du kannst ihn tragen, aber er ist schlecht. Ist aber ein nettes Erinnerungsstück. Schutz um Hang 1. Ups. Brauchen wir auch nicht und das ist ein Schlüssel. Ihr könnt hier nicht rassen. Oh, da müssen wir mal eins raus. Ne. Ich hab grad keine Lust drauf. Wie sieht's eigentlich mit Stufen aus? Oh, nicht mehr lang, dann hat sie. Nein, ich will nicht. Die bringen Eri fast nichts. Lasst mich doch in Ruhe schlafen. vorstenschen. Wenn du... lotiks doch in Ruhe schlafen. schon mal richtig, Und ich habe auch nur noch auf fingerprints. Und ich habe alles Riley,